Und wieder kommt die Straßenbahn zurück. Sie war auf der Insel, ja, das heißt tramway übersetzt Straßenbahn. Ein Pferd zieht die ganzen Leute hinter sich her auf dem Wagen. Über den Steg. Ja, über den Steg. 650 Meter ist der Steg lang. Und eine Fahrt 7 Dollar, zwei Fahrten 9 Dollar. Ja, es ist natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Hat man nirgendwo anders. Hat man nur hier, dass man von einem Pferd auf einem Anhänger gezogen wird. Das fährt sich richtig glücklich auf. So wie alle anderen Leute auch. Ja, ich muss sagen, schon eine gute Stimmung in der Straßenbahn. Lohnt sich auf jeden Fall.